Heute zeige ich euch eine Übersicht über alle Kaliber 50 Kurzwaffen, die in Deutschland zugelassen sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo und Willkommen im RAMSHOP24 YouTube Channel. Heute möchte ich euch, wie bereits angekündigt, mal eine Review machen zu einem Vergleich von allen 50er Kaliber Kurzwaffen, die es auf dem Markt gibt. Also mit Zulassung. Ich rede jetzt nicht davon, von irgendwelchen Kaliber 50 Waffen, die noch irgendwo auf der Erde rumschwirren, sondern alles, was für uns als Deutsche, sagen wir mal, als freie Waffe erhältlich ist auf dem Markt. Ich hatte nämlich viele Zuschriften dazu bekommen und da haben alle immer gesagt, ja, hilf uns doch bitte mal durch diesen ganzen Wirrwarr durch mit den 50er Kaliber Waffen. Und die sind ja sehr im Trend momentan. Und da dachte ich mir, komm, das mache ich jetzt einfach mal und zeige euch das mal. Ja, wir haben hier verschiedene Kandidaten. Wir haben also 1, 2, 3, 4, 5 Pistolen und einen Revolver. Wobei ich dazu sagen muss, dass diese drei Waffen eigentlich baugleich sind. Ja, also diese drei Waffen, die ihr hier seht, die sind baugleich. Das erzähle ich euch gleich alles. Ja, wer tritt heute an? Und zwar haben wir einmal als einzigen Revolver den HDR-50 Revolver von Umarex. Ich kann den auch mal zeigen. Sekunde. So. Ich gehe auch gleich nochmal genauer auf jede Waffe ein. So, dann haben wir die HDP-50 Pistole von Umarex. Ja, die zeige ich dann auch nochmal gleich ganz genauer. Wir gehen also auf jede Waffe mal ein bisschen ein. Dann haben wir die QSZ. Warte mal, wo fange ich denn an? Hier, einmal die QSZ-92-9. Das ist im Grunde genommen die erste so gesehen. Die erste, die haben wir so vor, ich glaube, fünf Jahren oder irgendwas. Nagelt mich nicht fest. Jetzt haben wir die in Deutschland importiert. Das ist nach Deutschland importiert und zugelassen. Und ich glaube, so fing der ganze Wahnsinn auch an. Also das kann ich eigentlich mal so behaupten, dass wir somit die ersten Waren, die das gemacht haben. Ja, also gut. Das ist auf jeden Fall die Urwaffe, die hier rausgekommen ist. Das ist mittlerweile, oder besser gesagt, das hier ist die Menace. Das ist quasi baugleich zu der QSZ-92-9. Allerdings optisch ein kleines bisschen anders und so. Aber das Ding hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Und ich wollte es einfach nur mal zeigen, der Vollständigkeit halber. Und das ist quasi die aktuelle QSZ-92-9. Da erzähle ich auch noch gleich ein bisschen was zu. Die hat einige Überarbeitungen im Vergleich zu der hier. Und dazwischen gab es noch eine andere. Also das ist die GN1. Dann gab es die GN2. Und das ist jetzt quasi die 2021er. So habe ich die jetzt einfach mal genannt bei uns im Shop. Also sonst blickt da ja kein Mensch mehr durch. Aber ich erzähle gleich die ganzen Unterschiede. Und dann haben wir hier, was etwas Ausgefallen ist. Das Ding heißt irgendwie LJL Alpha, muss ich selber noch mal gucken, 1.50. Ja, also die ist auch irgendwie neu auf dem Markt zugelassen. Ist irgendwie so ganz klein heimlich aus dem Nichts gekommen. Ich habe mir da mal eine von organisiert, um euch die mal zu zeigen. Ich habe die auch alle mal getestet, damit ich auch weiß, wovon ich spreche. Aber jetzt gehe ich gleich noch mal auf die einzelnen Kandidaten dann ein. So, jetzt habt ihr mal eine kleine Übersicht bekommen über die verschiedenen Modelle. Ich fange einfach mal von rechts nach links an und erkläre euch mal so ein bisschen was zu den Waffen, was mir jetzt gerade so aus dem Stehgrafe einfällt. Und ganz generell noch, was ich noch dazu sagen wollte. Alle Waffen, die hier sind, haben also fast identische Energie. Also die liegen alle so um die 7, 7,5 Joule Anschlag. Ihr werdet also keine Waffe finden auf dem deutschen Markt, die stärker ist. Also meiner Meinung nach zumindest also von den freien Waffen, weil die Dinger sind halt alle wirklich ans Limit gebracht. Natürlich könnte man jetzt sagen, welche ist jetzt die stärkste von denen? Hey, da reden wir über ein paar 0,1 irgendwas Joule. Und dann ist es ja auch Tagesperformance. Oder es ist natürlich auch manchmal einfach eine Frage der Wetterbedingungen, ja, oder auch innerhalb der Charge. Also da unterscheidet sich das Ganze ja auch ein bisschen. Also, ich nagele mich da nicht fest, aber ich kann mal sagen, die sind alle, das müsst ihr mir einfach mal glauben, fast gleich stark. So, jetzt fangen wir mal an. Jetzt habe ich mich schon wieder verlabert hier und egal. Also, der HDR50. Ich fange mal mit dem HDR50 an. Wie gesagt, der einzige Revolver im Vergleich. Kaliber 50, wie gesagt, habt ihr die ganzen Daten, technisch habt ihr ja alle schon gesehen. Größter Unterschied hier eigentlich zu den anderen Kandidaten oder beziehungsweise zu diesen Kandidaten ist, dass er auch eine Trommel hat, die man wechseln kann. Also, Trommel oder Magazin ist ja eigentlich im Prinzip fast dasselbe. Aber hier habt ihr die Möglichkeit über diese Lasche, also ich brauche jetzt hier keine ausführliche Bedienungsreview machen, ja, wie das funktioniert, aber hier habt ihr die Möglichkeit, die Trommel zu wechseln. Das ist natürlich ein cooles Feature. Und ihr habt hier unten diese Emergency-Funktion, wo ihr halt auf die Waffe draufhauen könnt. Und dann strömt das CO2 ein. Ich meine, dafür gibt es separate Videos, die ich schon mal gemacht habe. Und das ist also im Groben und Ganzen schon mal ein großer Unterschied. Er baut relativ dick auf, also dicker als die ganzen anderen Waffen. Ansonsten, und er hat nur sechs Schuss. Das muss man auch dazu sagen. Also, der HDR 50 und die HDP 50 haben beide nur sechs Schuss. Die anderen Waffen haben jeweils sieben. Also, das ist schon mal ein großer Unterschied, wo ich sagen würde, müsst ihr euch überlegen. Magazin ja, nein. Oder Trommel, wie gesagt, ist ja dasselbe für mich. Also, Magazin ja, nein. Und die Schusskapazität. Und ob ihr die Emergency-Funktion haben wollt. Also, wenn ich jetzt nur diese drei Punkte rausgliedern könnte, die die Waffen generell am meisten unterscheiden, dann ist es einmal, wie gesagt, die Emergency-Funktion, einmal das wechselbare Magazin. Und dann die Schusszahl, Schusskapazität. So, das war jetzt der HDR 50. Jetzt gehen wir mal auf die HDP 50. Die HDP 50 hat nur sechs Schuss und hat, wie gesagt, kein Magazin. Ja, das seht ihr hier unten. Die werden hier so geladen mit dieser Schiebe-Funktion. Da kann man hier die Kugeln unten reinhauen. Sind aber, wie gesagt, nur sechs Stück und kein Magazin. Sie hat aber dafür auch diese Emergency-Funktion, wo man unten draufschlagen kann, was eigentlich ganz cool ist. Ähnlich wie beim HDR 50. Da habe ich auch schon ein Review darüber gemacht. Also, wenn ihr das mal im Genauen anschauen wollt, könnt ihr euch das auch mal angucken. Ich kann auch noch mal irgendwann, wenn ich die Zeit finde, zu jeder Waffe noch mal eine ausführliche Review machen. Aber ich denke mal, das ist eigentlich überflüssig, meine ich. Entschuldigung. Ja, also das sind so die Dinge. Ach so, und die Pistolen haben alle kein Blowback. Also selbst Revolver logisch ja auch nicht. Also Revolver hat kein Blowback und die ganzen Pistolen haben alle kein Blowback. Das heißt, der Schlitten hier, der ist starr und der geht nicht nach hinten, bewegt sich nicht. Und die Dinger sind alle komplett aus Plaste. Also das ist alles Plastik und sehr, sehr einfach gebaut. Ja, so, das war jetzt die HDP 50. Jetzt kommen wir zu der QSZ 92.9. Das ist eigentlich so der Opa im ganzen Team, würde ich mal sagen. Ja, der Opa-Sche. Opa-Sche ist, die Waffe habe ich irgendwann mal entdeckt vor Ewigkeiten, also vor fünf Jahren, wie gesagt. Da gibt es auch noch eine ganz alte Review zu. Und ich fand damals halt das 50er-Kaliber irgendwie genial. Hab gesagt, das müssen wir unbedingt irgendwie nach Deutschland holen. Nur natürlich haben wir nicht diese Möglichkeiten gehabt mit der, das war mit der Zulassung, das war aufregend. Mit dem Import, das war alles aufregend. Dann, dass das alles durch die PDB durchgeht. Und wir hatten natürlich auch nicht diese Riesenstückzahlen. Ja, das ist natürlich auch ein großes Problem, was den Preis betrifft. Das heißt, das Urmodell, so wie es rausgekommen ist damals, war eigentlich supergeil. Man konnte hier diesen Hahn nicht spannen. Ja, man konnte, keine Ahnung, das Ding hatte am Anfang kurz einen Emergency-Pin. Dann hat es dann doch wieder keinen. Dann haben wir das wieder umgebaut. Dann haben wir mit dem Hersteller halt ewig Diskussionen gehabt. Aber es war, sagen wir mal, wir waren ja froh, dass wir die überhaupt zugelassen hatten. Und die war ursprünglich nur als Teamwaffe gedacht. Also quasi von meinem Team. Ja, die fanden die alle obercool, wollten die alle haben. Und dann habe ich einfach total gestört irgendwie zehn Waffen oder sowas. Davon nur quasi erstmal zugelassen. Und irgendwie war dann die Resonanz so groß und die Nachfrage auch so groß, dass ich gesagt habe, okay, wir holen davon größere Stückzahlen rein. Also das war quasi der Opper, die Urversion von der ganzen Geschichte. Dann hat GI zwischendurch irgendwie ganz kurz quasi vom selben Lieferanten eine etwas überarbeitete Version rausgebracht, hat das ganze Ding irgendwie Menace genannt. Die hat halt hier vorne so ein bisschen längeren Lauf. Ja, also jetzt im Vergleich zu der hier, da sieht man es vielleicht ganz gut. Ja, da ist halt vorne so die Mündung so ein bisschen rausgeguckt. Bei der konnte man schon den Hahn spannen. Ja, das ging also bei der hier nicht. Und Magazin hat sie auch gehabt, sonst war das eigentlich alles gleich. Aber die hatte auch keine Quick-Piercing-Funktion, sondern die hatte hier unten nur so einen komischen Schraubverschluss. Und das war halt alles, ist alles halt, sag ich mal, war nicht so der Knaller. Also das Ding ist nach meiner Erfahrung her kein Erfolgsschlager gewesen. Wir haben komischerweise gebrochen unsere weiterverkauft und das Ding ist dann irgendwann vom Markt verschwunden. Und das ist jetzt eine ganz interessante Geschichte, da wollte ich halt auch mal drauf eingehen. Die QSZ 92.9 im neuen Gewand. Ja, also es gab, wie gesagt, zwischendurch mal von der eine zweite Version. Und die war dann aber auch irgendwann alle. Und dann haben wir mit dem Hersteller rumdiskutiert und wollten halt einige Sachen verbessert haben. Aber der Hersteller hat sich leider nicht darauf eingelassen, weil unsere Stückzahlen einfach zu klein waren. Also es waren wirklich große, große, große Stückzahlen, die wir nicht abbilden konnten und auch nicht wollten. Zumal auch dann die HDP 50 auf den Markt kam. Also das machte dann ja eigentlich keinen Sinn. Die Waffe, die war halt viel billiger. Die kostet hier um die 100 Euro, also 99, 95 und die kostete, glaube ich, irgendwie 229 oder so zu dem Zeitpunkt. Also hat das überhaupt gar keinen Sinn gemacht, da jetzt zu sagen, komm, wir holen jetzt das Ding nochmal rein, nur weil die jetzt ein Magazin unten hat. Ja, also das haben wir nicht für nötig gehalten. Aber lustigerweise hat sich ein großer Importeur in Europa, ja, nicht in Deutschland. Ich glaube, der sitzt in Frankreich, glaube ich. Hat sich dann irgendwie rangemacht an dieses Ding und hat die QSZ 92.9 nochmal in einem neuen Gewand erstrahlen lassen. Normalerweise hat die jetzt diese ganzen Lasergravuren und so weiter nicht. Ja, das erkläre ich euch auch gleich, wo die herkommen. Aber wir fanden, sagen wir mal, die Idee ganz cool. Der Preis ist auf jeden Fall massiv nach unten gegangen durch die höheren Stückzahlen. Und ein deutscher Importeur hier hat die Dinger dann auch zugelassen. Und dann haben wir uns gesagt, ey, nur damit da jetzt unser Name draufsteht, vollkommener Bullshit, das jetzt alles nochmal zuzulassen. Weil die Internals definitiv etwas anders sind und es wurde ein bisschen was überarbeitet. Das heißt, es ist eine Neuzulassung, wäre das gewesen. Und da haben wir uns gesagt, was soll der Mist? Wir kaufen das Ding einfach vom Großhändler. Dann können wir auch den guten Preis anbieten und unseren Kunden ist es egal. Weil, wie gesagt, fand ich irgendwie lächerlich. Also insofern, das ist aber trotzdem die QSZ, so wie sie früher war im überarbeiteten Gewand. Ich habe die jetzt einfach mal 2021er Modell genannt, damit man da überhaupt noch durchblickt, ja, bei den vielen Versionen. Was hier aber geil ist und was ich gelungen finde, die hat also hier jetzt auch diesen Abzug, den Hahn, den man spannen kann. Das finde ich also sehr, sehr cool, weil es halt das Abzugsgewicht ein bisschen verringert. Und dann hat es jetzt eine funktionierende Emergency-Pin-Funktion, was wirklich geil gemacht ist. Ich habe da erst gedacht, ich habe so ein bisschen Zweifel gehabt, ob das funktionieren wird, aber es funktioniert wirklich gut. Die haben also hier den gesamten Trakt überarbeitet. Ich habe es also auch schon ausgiebig getestet, bevor ich die Review hier gemacht habe, um mal so die Unterschiede zu sehen, auch weil ich halt neugierig war. Und das hat also wirklich, muss ich sagen, ist echt eine coole Nummer. Das Einzige, was ich so ein bisschen blöd finde, was jetzt nicht mehr so gut funktioniert, ist dieser Magazin-Release. Der war früher ein bisschen flüssiger, also es war geil, wenn man hier drauf gedrückt hat und dann losgelassen hat, ist das Magazin rausgefallen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das finde ich so ein bisschen als Nachteil, aber ansonsten eigentlich eine coole Nummer. Und ein ganz, ganz gravierender Unterschied noch, den, glaube ich, die wenigsten wissen. Diese Version hier schießt keine Flügelgeschosse mehr. Achtung, ja, das wollte ich nur mal erwähnt haben, weil unsere, die konnte noch diese Flügelgeschosse schießen, das kann die hier nicht mehr. Die kann nur noch runde Kugeln verschießen. Also Vorsicht, ja, wer also unbedingt Flügelgeschosse schießen will, der muss dann wieder auf, ja, müsste dann auf unser Alter, aber die gibt es ja nicht mehr. Ja, und wir haben uns, wie gesagt, dieses Teil mal genommen, haben gesagt, okay, wir veredeln die ein bisschen, verändern das Set im Lieferumfang. Also wir haben quasi noch andere Munition dazu gepackt, wir haben noch ein Extramagazin dazu gepackt. Wir haben das Ganze ein bisschen, unserer Meinung nach, veredelt und schöner gemacht mit ein paar geilen Lasergravuren, ja, was die normale Version nicht hat. Und haben auch noch ein paar Patches und ein paar Aufkleber dazu geworfen. Das ist quasi so unser Beitrag dafür, dass ihr die Waffe bei uns kauft. Aber im Endeffekt ist es halt eigentlich, ist es Wahnsinn halt, das ganze Ding so günstig zu bekommen. Also es ist wirklich ein super Preis und eine super Waffe. Und wie gesagt, ihr habt da dieses Sieben-Schuss-Magazin und ihr habt auch noch die Quick-Piercing-Funktion, also Hammer. Wer auf die Flügelgeschosse da verzichten kann, ist mit der Waffe wirklich sehr, sehr gut bedient und die hat auch Power ohne Ende. So, jetzt habe ich mir hier in Wolf geredet mit der QSZ. Ich liebe die halt einfach, ja. Seid mir nicht böse. Ja, und dann kommt die letzte im Team. Das Ding hier ist echt ein bisschen strange. Ich glaube, das soll so eine Art Bretternachbau sein. Die ist irgendwie aufgetaucht vor einem halben Jahr, Jahr oder irgend sowas. Ich habe mir da mal eine von kommen lassen, auch schon mit F-Zulassung und allem. Habe mir das Ding einfach mal angeguckt. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich finde es halt hässlich. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist die größte und klobigste von allen. Liegt relativ schwer in der Hand. Hat diese ganz komische Verschlusstechnik hier unten, die ich also sehr umständlich und blöd finde. Hat mir also gar nicht gefallen. Und ansonsten, ja, ich denke mal, das Ding ist raus. Also ich wollte es euch nochmal zeigen, der Vollständigkeit halber. Nicht, dass es heißt, ich habe die euch nicht gezeigt und die gibt es noch. Ach so, ganz wichtig noch, was ich auch vergessen habe zu sagen. Die Dinger werden alle mit diesen 12 Gramm CO2-Kapseln betrieben. Also ich hoffe, das habe ich, glaube ich, vergessen vorhin zu sagen. Also die werden alle mit den 12 Gramm CO2-Kapseln betrieben. Das ist ganz wichtig, das wollte ich noch sagen. Der HDR50 kann mit Flügelgeschossen und Roundballs beschossen werden. Die alte QSZ hätte das auch gekonnt. Aber die ganzen anderen, also HDP50, die neue QSZ, die Menace, die gibt es ja, glaube ich, auch nicht mehr. Und dieses komische Ding, die können alle auch nur Roundballs verschießen. Ja, was noch? Was kann ich euch noch sagen? Im Grunde genommen bin ich eigentlich damit schon durch. Ach so, Präzision. Ja, Präzision, muss ich sagen. Ganz schwieriges Thema. Also ich habe alle Waffen intensiv mal geschossen und getestet mit derselben Munition. Ich meine, gerade mit den blauen Gummigeschossen von uns, die sind ja sehr, sehr konstant vom Gewicht und vom Durchmesser. Da kann man die eigentlich sehr gut vergleichen. Und dann auch immer nur ein Magazin mit frischen CO2-Kapseln drin. Muss ich sagen. Also die sind alle sehr ähnlich. Ja, also da könnte ich wirklich mal einen Test nochmal drüber machen. Schusstest, das überlege ich mir nochmal, ob ich die alle nochmal vergleiche. Aber meiner Meinung nach, am besten abgeschlossen hat der HDR50. Muss ich leider sagen. Also die QSZ war wirklich top. Ja, also ganz, ganz knapp dran. Dann, ja, vielleicht sind die fast... Ich bin ein bisschen voreingenommen. Ich liebe die halt. Ja, aber also schwer zu sagen. Ich würde sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, wahrscheinlich war der HDR so ein kleines bisschen besser. Ja, vielleicht sollte ich da mal einen Test nochmal drüber machen. Aber mit ganz wenig Abstand. Also da ist die schon wirklich... Die teilen sich den ersten Platz. Sagen wir es mal so. Ja, zumindest in meinem Herzen gibt es nur einen Sieger. Nein, Quatsch. Also gut. Ja, im Groben und Ganzen war es das eigentlich schon. Ist wieder länger geworden, als ich eigentlich wollte. Ich hatte auch mal versucht, so ein paar Kurzreviews zu machen, die ich vielleicht zwischen den längeren Reviews mal rausschieße. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet ein bisschen Spaß und seid jetzt alle ein kleines bisschen schlauer oder noch verwirrter. Ja, wer weiß. Ich würde mich wirklich riesig über einen Daumen hoch und über ein Abo freuen. Abo ganz besonders, weil ich mich irgendwie wundere. Ich komme da irgendwie nicht voran. Ich würde mich echt freuen, wer wirklich ganz lieb von euch ist. Für euch wirklich nur ein Klick oder zwei, glaube ich. Ja, dann habt ihr mir ein Abo dagelassen und ich stehe mal ein bisschen besser da. Es gibt ganz viele andere Kanäle, die haben viel mehr Abonnenten als ich. Und ich bin da halt irgendwie altmodisch. Wettbewerb. Also würde ich mich freuen. Ich bedanke mich für das, dass ihr da wart und wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.